Warte. Was? Okay, ich bin tot. Granate hat sich erwischt. Ich hab sie sehen, Beute. Boah, die scheiß Wasserkacke hier. Ich kann durch Wasser rennen, das ist ja geil. Los, komm hier hoch. Wir umrunden den Hund. He he. Ja, der wird uns bestimmt jetzt looten. Ich hab den Scaf gesehen. Aha. Sind da wohl nicht wieder die Savatsky-Ikos und die mich gleich wieder umlesen. Oh, alter. Er schießt einen scharfen Schuss. Minus. Okay. Wollen wir die Hütte stürmen? Im Sturm. Oben, 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 oben. Bin tot. Was? Headshot. Spieler? Keine Ahnung, kann ich dir noch nicht sagen. Ich war hinter diesem komischen Container. Ich weiß nicht, wie es ohne mich trifft. Oh, wo hab ich denn die hingeschwissen? Ja, ein Spieler, ja. Préamora. Alles klar. Und was hat er dich erschossen? Warte. M80. Okay. Jetzt kam mir schon wieder so eine Blendgranate geflogen. Jetzt kam mir schon wieder so eine Blendgranate geflogen. Nein! Nein! Er ist noch da. Einer Minus. Da ist noch ein Sketch. Ja. Minus. Hier ist noch einer auf der anderen Seite am Tor. Komm rüber. Ja, ich hab ihn nicht. Sehr gut. Ich hatte keine Lust, hier haben wir Granaten einzufangen. Noch einer. Okay. Ich bin am anderm Mauern durchgebrochen. Was? Nach da? Na, an dem anderm. Da läuft einer auf die Zumatze. Achtung. Ein Skev. Ja, dann schieß. Also, ne? Ah, ne. Er ist hinter der Mauer. Oh. 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 Ich komm zu dir. Ich komm auch zu euch. Ihr wisst wo, oder? Ja. Ich hör euch laufen. Wir sind jetzt an dem Mauerdurchbruch und du bist in dem Gebäude, ne? Ich bin bei dem Kran jetzt, bei dem... Direkt hier, wenn das Metalltor reinkommt, bin ich drin. Ja. Ich komm mit 3, Matze. Okay. Der Typ, den du erschossen hast, war aber ein Spieler. Ach so? Mhm. Level 6. Ich dachte, hat er eine rote Armpinde gehabt? Ja. Ah, hab ich doch richtig gesehen. Es kann doch wohl nicht wahr sein. So, schmeiß mir mal irgendwas hin. Aber ne, warte. Ich wusste da rein. Ja. Wie viel kostet das Auto? 3000. Ja, würde ich es dir auch bezahlen können. So, nun. Okay, schon mal vorbezahle. Mhm. Dankeschön. Bitte, bitte. Minus. Okay, oder? Spüler. Könnt ihr euch so lange mein aufgeräumtes Dash anschauen. Oh, wo soll ich die Munition hin tun? Ich bin ja voll, Alter. Ey, es ist so... Mann, ich hab so die Schnauze voll, Mann. Doch, hier oben ist einer. Definitiv. Echt? Echt? Na ja. Bei euch da oben? An hinter der Mauer? Ja, ja, hinter der Mauer. Okay, warte. Ich schmeiß nicht. Linus, Linus. Fliegt, 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 fliegt. Von hinten Schüssel, wo? Von der Tanker? Von der Tanker? Ja. Kann ich das sehe. Ich hab nix. Blauer Helm. Wo ungefähr? Liegt, liegt. Der schreit noch ins Kev irgendwo. Der ist tot. Okay. Der ist gerade tot an dem Blauhel. Ja, ja, alles gut. Habt ihr den Spieler auf der Straße? Ja. Der hier oben gelaufen ist? Habt ihr denn? Ich bin ja hinten, gell? Der war ja hinten gelaufen. Sag mal. Du springst dort? Ja, ich bin das. Du bist oben, Jut. Wo ist denn da gelaufen? Ach, da hinten. Weil irgendwas hab ich nicht gehört hier. Das war uns sehr viel, ne? Nee, Spieler. Vier. Wer hat ihn? Ach so, äh... Ich. Hm. Jetzt. Hm? Nix. Kann ich sogar noch einen Meck mit reinnehmen. Da kam einer. Sorry. Mist. Nee, hab ich. Nee, ich glaube nicht. Ey! Was schießt ihr jetzt nicht, Alter? Ich hab eine rotzenschwere Blutung. Das ist ein Spieler. Ja, von, von, vom, 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 vom Massen. Vom Massen? Von oben? Vom Strommask hier. Ich bin tot, Alter. Ja, ist... Fasten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, lauf einer. Ab und hoch. Benji, lauf weg. Ich hab eine Granate. Hinter uns. Noch einer. Nein, hinter mir ist noch einer, Alter. Ah, das wär ja richtig geil. Dann lass ich mich von dem Scaffer schießen und bin draußen. Dann ist mein... Dann bin ich im Raid gestorben. Bravo rammelt los wie bekloppt. Findet mein Zeug. Und alle sind glücklich. Komm rein. Also, ich bin am Durchbruch, ne? Ich auch. Ich stehe vor der Hütte. Ja, ich seh dich. Das ist hier ein Raschen. Ja. Oh, ist mir tot. Scheiße. Minus, Minus, Minus. War das dieser Bekloppte? Der mit dem Hammer? Hast du... Scheiße. Ich weiß es nicht. Hast du ihn gesehen, ja? Ja. Ich hab nur blanke Oberhabe gesehen. Oh, das ist er. Da oben. Dieser Bekloppte. Mit seinem Hammer. Mann kommt zu nichts. Mann! 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 Wir haben obsiegt, Männer! Da vorne ist ein Skeff. Juhu! Juhu! Danke, mein Bester. Ein freundlicher Skeff, ein freundlicher Zeitgenosse, hat uns von unserem beschissenen Elend erlöst. Da ist meine Wasserfilterarmee. Wird jetzt bereichert um den nächsten Wasserfilter. Na, sieht doch schnieke aus bei mir. Ist doch alles tippitoppi aufgeräumt. Da lacht das Herz einer jeden Putzfrau. Da, labt euch! Ich hab ihn. Was tun, oder? Ja. Du schießt was? Von drüben, von gegen rüber? Ja. Man hat ja wohl gecampt, was? Wie er in seinen Scheiß kaputt gehockt hat, der Idiot. Oh, oh, ein Teepot. Mein fehlender letzter Teepot. Ich muss raus. Geil. Geil. Das ist ja cool. Glückwunsch. Danke. Alter, so ein Teepot. Wie lange hab ich da noch gesucht? Da rennt einer weg. Wo? Wo? Aufs... Alter. Alter. Granate. Sanitar! Es ist Sanitar! Füllung verloren. Wo bist du hinter mir, ne? Ich hab Sanitar gebetet. Was ist denn? Was ist denn? Er läuft. Ich muss mir vorzeihen, ich hab den Stocker bluten. Ey, wer schießt auf mich? Au, da bist du. Entschuldigung. Alter. Nee, nee, andere Seite. Nein, andere Seite. Über die Straße drüber. Ach so. Wer läuft da? Ich bin da, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Okay. Tut mir leid, Klaus. Nee, Benji hat ihn. Du hast ihn. Du hast ihn. Ich hab mal von einem blöd in das Büschwein gefordert. Hm. Scheiße, wo ist mein Rucksack hin? Nein! Ach, leg mich doch am Arsch, Alter! Ist das denn was, oder was? Ja! Aber dein T-Bot hast du im... Nee, der ist da drinnen. Oh nein. Ach, fick doch die Henne, Alter! Du... Assi-Wichser, Junge! Wegen dem Idioten. Der hat sich richtig gelohnt. Du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich bin sonst die Ruhe selbst. Aber jetzt platzt mir den Arsch, Alter. Den scheiß T-Bot hab ich ewig gesucht. Ewig. Minus. Ich glaub, der ist unbegibt. Nein. Jetzt aber. Nee, der rennt immer noch rum, oben. Der ist oben. Rechtes Fenster von uns aus gesehen. Hm, ich schieße auch. Ja. Ich lade danach. Der ist jetzt am linken Fenster. Ja. In einer Treppe. Wartet, ich bin am Fenster. Ja. Minus, Minus. Oh. Wollen wir kommen? Ja. Kommen zwei hin rüber. Ihr könnt. Machst du das? Ja, klar. Ich bin mit... Abgerutscht. Ich... Mein Mausrad. Pfff. Da schmerzt die Planate. Da vorne war so'n blöders Käff, Alter. Das sind die Radar. Ja. Einen hab ich. Einen hab ich. Ja. Wo steht der? Wo steht der? Wo steht der? Da steht... Da steht... Da ist Minus. Einer Minus? Ja. Ich geh mal rein. Oh, ich hab Reschallah. Sehr gut. Ja, hast du? Ja. Und die Quest ist jetzt endlich fertig. Ja. Ja. Ich hab mich. Ja. Ich hab mich. Ja. Ich hab mich. Ja. Ja. Ich hab mich.